Gleis 3 Abfahrt 10 Uhr 35 Zug wird in Hamm Hauptbahnhof geteilt Platform 3 ICE 600 40 To Dusseldorf Main Station Via Hannover Main Station In Platform sections A to D With ICE 600 50 To Cologne Main Station Via Hagen In Platform sections D to G Departure 10 35 The train will be split up in Hamm Hauptbahnhof Gleis 2 Einfahrt ICE 600 96 Von Frankfurt am Main Hauptbahnhof Ankunft 10 Uhr 37 Bitte nicht einsteigen Vorsicht bei der Einfahrt Platform 2 Now arriving ICE 600 96 From Frankfurt Central Arrival 10 37 Please do not board this train Caution The train is arriving Gleis 7 Einfahrt RE 1 nach Magdeburg über Gollm Abfahrt 10 Uhr 59 Vorsicht bei der Einfahrt Ihre nächsten Anschlüsse RE 7 nach Berlin Charlottenburg über Berlin Zoologischer Garten Abfahrt 11 Uhr Rhein Heute circa 5 Minuten später von Gleis 6 Direkt gegenüber ICE 599 nach Ulm Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof Abfahrt 11 Uhr 22 von Gleis 6 Direkt gegenüber und RB 14 nach Nauen über Berlin Spandau Abfahrt 11 Uhr 25 von Gleis 7 Gleis 3 Einfahrt ICE 543 von Düsseldorf Hauptbahnhof Ankunft 11 Uhr 20 Bitte nicht einsteigen Vorsicht bei der Einfahrt Terminal 1 bis 2 Terminal 1 bis 2 über Berlin Berlin Ostkreuz Abfahrt 11 Uhr 28 Vorsicht bei der Einfahrt Schön, dass Sie da sind Mit der Bahn kommen Sie auch in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel Schützen Sie sich und andere Halten Sie den Mindestabstand ein Tragen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung im gesamten Bahnhof und nutzen Sie bitte die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen Bleiben Sie gesund Gleis 3 Einfahrt IC 200 45 von Bad Bentheim weiter als IC 100 44 nach Amsterdam Zentral über Hannover Hauptbahnhof Abfahrt 12 Uhr 22 Vorsicht bei der Einfahrt Ihre nächsten Anschlüsse RE 7 nach Wünsdorf Waldstadt über Flughafen Berlin-Brandenburg Terminal 1 bis 2 Abfahrt 11 Uhr 57 von Gleis 2 direkt gegenüber Gleis 2 Gleis 2 Einfahrt ICE 800 74 von Karlsruhe Ankunft 11 Uhr 39 Bitte nicht einsteigen Vorsicht bei der Einfahrt Your next connections RE 7 2 Wünsdorf Waldstadt Weihl Flughafen Berlin-Brandenburg Terminal 1 bis 2 Departure 11 57 Day 7 von Plattform 2 Direkt Opposite Plattform 2 Now arriving ICE 800 74 von Karlsruhe Main Station Arrival 11 39 Please do not board this train Caution The train is arriving Information zu RE 1 nach Frankfurt oder über Erkner Abfahrt 12 Uhr 7 Heute circa 10 Minuten später Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt Gleis Brei Einfahrt ICE 374 von Basel Ankunft 13 Uhr 38 Bitte nicht einsteigen Vorsicht bei der Einfahrt Gleis Brei Einfahrt EC 49 nach Warschau über Frankfurt oder Abfahrt 13 Uhr 53 Vorsicht bei der Einfahrt Plattform 3 Now arriving EC 49 2 Barschau Via Frankfurt oder Departure 13 53 Caution The train is arriving Gleis Brei Einfahrt EC 48 von Barschau Ankunft 14 Uhr 6 Bitte nicht einsteigen Vorsicht bei der Einfahrt Plattform 3 14 Uhr 18 von Gleis 6 IC 100 42 nach Amsterdam Zentral über Hannover Hauptbahnhof Abfahrt 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 14 Uhr 22 von Gleis 3 RB 14 nach Nauen nach Nauen über Berlin Spandau Abfahrt 14 Uhr 25 von Gleis 7 Abfahrt 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 14 Uhr 21 22, from Platform 3, RB 14, to Flughafen Berlin-Brandenburg, Terminal 1 bis 2, via Berlin-Ostkreuz, Departure 14, 24, from Platform 1, and RB 14, to Nauen, via Berlin-Spandau, Departure 14, 25, from Platform 7. Gleis 6, Einfahrt RE1 nach Berlin-Wannsee über Berlin-Zoologischer Garten, Abfahrt 16.29 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 6, Einfahrt ICE 29, 04, von Frankfurt am Main, Flughafen Fernbahnhof, Ankunft 16.36 Uhr, bitte nicht einsteigen, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE7 nach Medewitz über Bad Belzig, Abfahrt 17.03, von Gleis 7, direkt gegenüber, und RB 14 nach Nauen über Berlin-Spandau, Abfahrt 17.25, von Gleis 7, direkt gegenüber. Gleis 7, Einfahrt RB 14 nach Nauen über Berlin-Spandau, Abfahrt 17.25, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt IC 145, von Amsterdam Zentral, Ankunft 17.34, bitte nicht einsteigen, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, now arriving IC 145, from Amsterdam Zentral, arrival 17.34, please do not board this train, caution, the train is arriving. Gleis 7, Einfahrt RE7 nach Berlin-Charlotteburg über Berlin-Alexanderplatz, Abfahrt 18.03, heute nur bis Berlin-Zoologischer Garten. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 6, Einfahrt ICE 800, 77 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Abfahrt 18.18, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Gleis 3, steht IC 22, 42 nach Münster Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 18.22, heute 1. Klasse in Abschnitt G. Gleis 6, Einfahrt RE1 nach Brandenburg-Hauptbahnhof über Potsdam. Abfahrt 18.29, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse, ICE 542 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 18.35, von Gleis 7, direkt gegenüber. Und NJ 457 nach Wien Hauptbahnhof über Breslau, Abfahrt 18.53, von Gleis 3. Gleis 7, Einfahrt ICE 500, 42 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof, in den Abschnitten A bis D. mit ICE 552 nach Köln Hauptbahnhof über Hagen, in den Abschnitten D bis G, Abfahrt 18.35, Zug wird in Hamm Hauptbahnhof geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Plattform 7, now arriving ICE 542, to Düsseldorf Main Station, via Hannover Main Station, in platform sections A to D, with ICE 552, to Cologne Main Station, via Hagen, in platform sections D to G. Departure 18.35, the train will be split up in Hamm Hauptbahnhof, Caution, the train is arriving. Auf Gleis 8, steht für Sie bereit, S7 nach Ahrensfelde, über Ostkreuz, Lichtenberg. Eingefahrener Zug auf Gleis 9, dieser Zug endet hier und fährt als S3 zurück nach Erkner, über Ostkreuz, Köpenick. Der eingefahrene Zug endet hier, bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Die Weiterfahrt erfolgt vom anderen Bahnsteig, Gleis 10 und 11. Hier ist die End of the Line, please exhale the train. To continue your journey, please use the train from the other platform, Track number 10 and 11. Eingefahrener Zug auf Gleis 11, S9 nach Friedrichstraße. Sicherheitshinweis, das ist Ihr Gebäck nicht unbeaufsichtig. Attention, Security Advice. Don't leave your luggage unattended. Thank you. Don't leave your luggage unattended. Thank you. Don't leave your luggage unattended.